Hey, hey, schön, dass ihr wieder dabei seid. Obwohl ich im letzten Part immer wieder versprochen habe, ja, es geht zu den Forschungsstationen der Piraten. Oh, hat sich das doch ganz schön lange hingezogen. Hm, okay, mache ich es jetzt wieder gut, indem wir jetzt endgültig von dem Hintereingang aus in die Forschungsstation der Piraten erneut gehen. Ich bin gespannt, was sich da inzwischen verändert hat. Aber Angst haben muss ich nicht. Bei meiner Waffengewalt, Alter, kann ich da alle platt machen. Ich bin auch gespannt, wie die Mad Worlds drauf reagieren. Wenn ich ihnen einen schönen Plasma-Beam um die Ohren pfeffer, obwohl sie ja bloß kälteempfindlich sind. Am Ende heile ich die noch, voll mit der Hitzestrahl hier so. So, okay. Dauert nicht mehr lange, wir sind gleich da. So, genau. Höpa, hupa. Und hier müsste die Tür sein. Gut. Mach schnell auf, Mann. So, und schon sind wir da. Wird auch gleich hier maschinenmäßiger. Ich glaube, ich war ja immer schon ganz kurz hier drin. Und ich glaube, hier ist immer noch der Strom ausgefallen. Oh, Laden, Laden. Ja, die V braucht ganz lange beim Laden eines dunklen Raumes. Selbstverständlich. Aua. Wer schießt denn hier? Ah, die sieht man natürlich nicht, weil sie... Das ist natürlich schön. Maschinen zeigen ja keine Wärme. So. Gut. Alles ruhig. Okay, ich hoffe, der Part ist nicht wieder so anstrengend für euch. Wegen denen, ja. Wie gesagt, es ist alles lila. So, wo ist denn hier noch eine Rakete? Eben, Dings. Aua. Er hat sich verraten, indem er zeigt, woher er schoss. So, okay. Aber wir sind hier keine Metrols mehr, wa? Doch, scheiße. Scheiße. Bäm. Wenn ich jetzt da vorbeigehe. Mann. Na, bringt das was? Boah. Einer voll zerpässt. Hast du das gesehen? Ja, aber der ist ja richtig zerfleischt worden. Mann, wo schießt der denn noch? Aua. Mann. Das mache ich gleich nochmal. Das hat Spaß gemacht. Komm raus, Mann. Boah. Ist ja geil. Ich brauche keine Angst mehr haben. Ich bin die ultimative Tötungswaffe mit meinem Plasma-Beam. Yeah. Hahaha. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht hier? Njong, njong. Oh, komm, den Knie geht jetzt einfach nur zum Spaß. Bäm. Den hast du erwischt. Kann nicht getroffen werden mit der Tür? Warte. Alter. Das Ding wird voll vom Rückstoße trocken und kann ich eins schon mal machen. Oh, ich sehe nichts. Oh. Ist ja bald mal wieder hell hier. Mann, ist alles dunkel. Oh. Oh. Hey, wie gesagt. Seht ihr, der andere Plasma-Beam funktioniert ja auch. Och, Leute. Was wollt ihr denn, hä? Alter, voll weg, ihr schmolzen. So. Ich hoffe, ich habe jetzt hier den scannen noch, obwohl jetzt alles hier dunkel ist. Wartet mal. Okay, Scannen funktioniert noch. So, ich muss jetzt bloß gucken, welchen ihr meintet, hätte ich wohl vergessen. Hier irgendwo was? Ich glaube, ich wüsste wo. Oh, alles dunkel, pechschwarz. Verdammt. Warum ist die Musik immer noch? Sind die doch irgendwo Piraten? Ach, da oben hängt nur einer. Na, okay. Hört ihr doch irgendwo einer? Hier wollt ihr alle wegschmeißen, oder? Ja, ja, guck mal her, ja, wo bist du denn? Und tschüss. So, war der hier irgendwo? Okay, okay, ich könnte sie jetzt, glaube ich, noch scannen. Alter. Warum rennen die hier ohne Strom rum? Ja. Verdammt, wer will hier schießen? So, ich gucke mal kurz auf die Karte. Ähm, also, ja. Ich gehe jetzt hier hin. Und hier hole ich mir ein Artefakt. Und dann gehe ich einfach nochmal alles durch hier. Ich glaube, hier sogar war das. Hier war sogar, glaube ich, der Scan, den ich eventuell vergessen habe. Gut. Okay, kein Ding. So, wer hat es da sprungen? Mann, ey. Ich will nicht mit dem Wolf-Beam mehr arbeiten müssen. Und tschüss, Mann. Man sieht sogar schon die Tür durch die Wände hindurch. Haha. So. Boah, drei Stück, ey, Mann. Aber eigentlich war es doch hier hell, oder? Genau, hier war es doch hell. So. Das wird jetzt lustig mit dem Plasma-Beam, die euren Raketenflieger abballern. Die sind absolut hilflos. So, halt richtig an. Ja, so. So, okay. Erstmal kleinen Kram hier erledigen. Kommt mal her hier. Jawoll, im Turm drin, ey. Hier seid ihr drauf. So, verbrannt. Ach, Mann. Wo seid ihr denn? Wow. Wow. Was war das? Da oben ist auch einer. So, der brennt schon mal. Der auch. So, das war's. Wir haben so irgendwelche Heilungsdinger. Heilen wäre nicht schlecht. Aber ich habe auch so viele Powerbomben. Ich könnte die echt mal einsetzen. Boah. So. Ich habe es ja euch schon mal im letzten Part gezeigt. Nicht im letzten Part, in einem anderen Part. gesagt, dass hier hinter auch eine Eiswand war. Jetzt habe ich sie schon weggeschmolzen. Na toll. Also, man ballert hier schön die Kisten weg. Kisten wegballern, Mann. Alter, hallo? Nee, doch. So, dann war hier Eiswand. Hat man weggeschmolzen. Und dann kann man das hier. Was ist das denn? Am Fundament dieses Turms ist eine große Treibstoffzelle angebracht. Alles klar. Ähm, die kann ich jetzt irgendwie zerstören. Wartet mal. Ähm. Alles klar. Hoho. Der hat gewummert. Boah. Scheiße. Boah. Ah. Nice. So. Also, wenn wir richtig noch ein paar Zumba gemacht haben und wir alles zerstört haben. Das gehört in die Weltruppe geraten. Puh. Uns soll es egal sein. So, können wir es hier also klein machen. Und hier ganz simpel liegt es einfach rum. Voll krass. Und noch ein Shoso-Artefakt. Es ist das dritte von insgesamt zwölf. So. Duit. Es fehlen nur noch vier Artefakte. Schön. Ja, das finde ich wirklich schön. Dann komme ich jetzt wieder raus. Achso, nee. Wartet mal. Raus komme ich anders. Wenn ich hier hochgehe. So. Dann hier mich hochjumpe. So. Und dann einfach hier. Nyaung. Den Turm entlang. Hoppa. So. Weiter war nichts. Gut. Okay. Also wenden wir jetzt unseren letzten Rundgang durch die Vorstandsstation, indem wir wieder reinfahren. Und nach Scans Ausschau halten. Einem Scan, um genau zu sein. Das war so klar. Das hier war alles. Zappen-Duster. 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 So. Wartet mal. Hier war es doch nicht ganz so dunkel, oder? Hier war es doch nicht. Genau. So. Und hier, eventuell. Was ist hier los, Mann? Ach, manche Leute. Ihr seid doch... Ey, ihr seid normale Weltraumpiraten. Was solltet ihr denn machen gegen mein Plasma-Beam? So. Wo ist hier noch, Ina? Na. Gut. Geh ich mal runter. Ich geh runter. Yay. Bam. Voll mutig, ohne zu gucken. So. Oh, das war es schon. So. Und hier irgendwo... Genau, weil hier die PCs runterhängen... Äh... Irgendwo... Hier irgendwo meintet ihr, hätte ich eventuell etwas vergessen können. Toll, wartet mal. Hallo? Hier ist ja gar nichts. Warum ist hier nichts? Wo fehlt mir noch ein Piraten-Scan? Das ist echt scheiße. Ähm... Hm, hier ist es nicht. Verdammt, oder fehlt ihr mir echt noch hier? Das ist was Beschissenes hier. Was soll denn hier sonst sein? Ich dachte echt, hier wäre hier. Ich kann jetzt bloß noch zurückgehen. Eventuell hier, dann bin ich auch schon bald wieder draußen. Hm. Hm, hm, hm. Hm. Also wenn er hier nicht ist, wo soll er... Wo zum Teufel? Verschüsselte Weltraum-Piraten immer noch. Warte, nein, letztes Mal gucke ich noch. Ist das echt nicht hier? Wo zum Teufel? Weit ihr denn? Ihr Kackdinger. So, was ist hier noch? Irgendwas zum Scannen? Ne, sondern wo ist Technik-Daten? Nichts mit Piraten zu tun. Leider. Naja, gut. Okay, hier ist nix. Hm. Hm, hm. Also, die nächsten Räume. Ein paar Räume haben wir ja noch. Scheiße, ey. Ich hoffe, ich hab den. Den lichtern, äh... Bam, 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 bam. Ähm. Mann! Fuck you! Geht doch. Boah, alter! So. Oh, ho, ho. Ey, ist das übel. Oh, Mann, so ein Mist. Ich suche hier echt nach diesen verdammten letzten Scannen. Tür auf, Mann. Mach die Tür auf, Mann. Danke, Mann. So. Oh, oh. So, war der hier, oder was? Äh, komm raus hier, Mann. Bevor du mich hier überraschend angreifst, komm lieber so raus. So. Okay, erstmal hier. Killen hier. Scheiß Schattenpiraten. Ho, ho, ho. So. Okay. Äh, nee, halt jetzt was ganz anderes. Doodle, doodle, doodle. So, wir sind hier ja noch ein paar Computer. Was ist das hier? Das ist nothing. Äh, Computer, Computer, Computer. Hier oben vielleicht. Nee, vielleicht hier oben. Auch nicht. Oh, zum Teufel! Hm, Leute, ich müsste auch den Part wieder beenden. Ich glaube, ich gehe zurück und speicher. Ja, puh, deinen nächsten Part mal gucken, wa? Wo hier noch was sein soll. Ah, den Raum will ich jetzt noch komplett abgucken hier. Den Raum hier noch. Was soll denn hier noch? Was soll denn hier was sein? Hier ist auch nichts mehr. Hier habe ich auch schon alles abgeguckt. Hä? Äh, verdammt. Rätselpart. Number one. Wow. Stirb, man. Hm. Bin ich ein bisschen überfragt. Aber auch nur ein bisschen. Ach, verdammt. Was habe ich getan? So, okay. Piraten-Scans. Hier ist nichts. Wo ist denn das scheiß Ding, man? Hier habe ich doch auch alles gescannt gehabt. Jetzt kann ich sehen, dass es so extrem viel vergessen hatte. Hier sind auch Computer noch. Ganz viele, ja. Aber ist hier oben irgendwas? Hier ist nichts mehr. Alles nicht rot. Alles nicht nötig. Alles nicht brauchbar. Und alles schon 50 Mal gescannt. Hm. Naja, Freunde. Ich würde sagen, ich begebe mich zur Speicherstation. Und wunder im nächsten Part rum. Hm. Hä? Eingehende Scandaten? Ausgerechnet jetzt? Na gut, gucken wir jetzt noch ran auf dem Weg. Phasonstrahlung vom mobilem Objekt ausgehend. Aha, es bewegt sich. Es ist nicht so toll. Na, zeig mal an. Wo ist denn das hier? Ja, jetzt werden wir zu den Phasominen gelockt. Ach, du Scheiße. Oh. Die Form dieses Raumes ist mir auch noch gut in Erinnerung. Okay, Freunde. Sollten wir irgendwann mal da ankommen. Wird's richtig eklig. Wird's richtig dreckig. So, hier ist aber nix mehr. Verdammt. Leute, ich bin verzweifelt, Leute. Oh, was seid ihr schon wieder da? Mann, ey. Ich war doch nur fünf Minuten weg. So. Du hast anlagd. Ja, ja. Okay, Freunde. Ja, vielleicht wisst ihr noch, wo das letzte Ding ist. Aber ich mach erstmal Schluss für heute. Wende den Part und muss hier erstmal wieder hoch. Muss die ganzen scheiß Piraten wieder ertragen. Mann, ey. Warum sind die immer wieder neu da? Ich hasse das. Ich weiß, ich hab einen ultimativen Plasma-Beam, aber ist es mir doch egal. So. Alles klar. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Die Hoffnung nie aufgeben. Nicht wahr? Tschüss. Tschüss. Tschüss.